Hallo und Servus, liebe Freunde von infranken.de. Wir sind die Dorfrocker und es steht wieder eine Aktion an. Das Dorf der Dörfer reloadet nämlich. Ihr dürft euch wieder präsentieren, euch und euer Dorf im besten Lichte, in einem Video. Alles was ihr tun müsst zu dieser Aktion findet ihr auf infranken.de und das Beste ist, wir kommen, wenn ihr gewinnt, zu euch in euer Dorf. Es gibt ein großes Dorffest und das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Es gibt obendrauf sogar noch 1000 Liter Freibier. Und die schnellsten, die mitmachen, die erhalten 10 Freikarten für unser Dorfrocker oben am 2. August in Kircheich. Von daher heißt es, schnell sein lohnt sich. Eure Dorfrocker.